Das ist ein Überraschungsei. Da will man natürlich wissen, was drin ist. Physiker haben ihre ganz eigenen Überraschungseier, nämlich Teilchen wie Protonen und Neutronen. Nur leider sind deren Geheimnisse nicht so leicht zu lüften wie die der Überraschungseier. Dazu sind sie schon mal viel zu klein. Etwa 10 hoch minus 15 Meter im Durchmesser. Und außerdem sind sie auch viel stabiler als Schokolade oder Plastik. Wenn wir wie die Physiker den Teilchen trotzdem ihre Geheimnisse entlocken wollen, können wir sie kaputt machen. Oder sie zum Beispiel mit Licht bestrahlen, das wir anschließend analysieren. In jedem Fall brauchen wir viel Energie. Am besten Bewegungsenergie. Besser bekannt als kinetische Energie. Wir beschleunigen also Teilchen. In Bonn sind es Elektronen. Die Masse unseres Elektrons ist sehr klein. Somit ist eine sehr hohe Geschwindigkeit nötig, damit wir die erforderliche Energie erreichen. Am besten Lichtgeschwindigkeit. Wir brauchen also eine Strecke, auf der wir unsere Elektronen beschleunigen. In Bonn hat man hierfür zwei Linearbeschleuniger gebaut. Einen davon sieht man auf diesem Bild. Der Elektronenstrahl kommt von rechts und wird durch den roten Magneten auf sein Ziel gerichtet. Das funktioniert für eine gewisse Zeit ganz gut. Aber irgendwann wird diese Strecke einfach zu lang und unhandlich, um das Elektron auf eine wirklich hohe Geschwindigkeit zu bringen. Besser wir bringen es auf eine Kreisbahn und beschleunigen es jedes Mal, wenn es an uns vorbeikommt. Nun möchte das Elektron aber gar nicht im Kreis fliegen. Denn, wie Isaac Newton schon 1687 herausgefunden hatte, bleibt eine Masse in ihrem Bewegungszustand, solange keine Kraft sie dazu zwingt, diesen Zustand wieder zu verlassen. Für unser Elektron heißt das, es möchte eigentlich weiter geradeaus fliegen. Wir müssen also eine Kraft erzeugen, die das Elektron auf seiner Bahn hält. Da Elektronen geladene Teilchen sind, funktioniert das ganz leicht mit Magneten. Also ganz viele Magneten auf die Kreisbahn. In echt sehen sie so aus. Der Elektronenstrahl verläuft mitten hindurch und wird von den Magneten, das sind die beiden roten Platten in der Mitte, auf der Kreisbahn gehalten. Was man hier sieht, ist das Synchrotron unter der Universität Bonn. Es hat einen Durchmesser von gut 22 Metern. Da bei der Kollision der Teilchen gefährliche Strahlungen auftreten, sind die einzelnen Bereiche durch Lichtschranken voneinander getrennt. Links im Bild, wo das rote Wahn nicht zu sehen ist, befindet sich eine dieser Lichtschranken. Das hat ihnen aber irgendwann nicht mehr gereicht. Um wirklich fast bis auf Lichtgeschwindigkeit zu kommen, musste eine noch größere Kreisbahn mit noch stärkeren Magneten her. Das war 1987. Ein Linearbeschleuniger und die erste Kreisbahn dienen jetzt nur noch als Vorbeschleuniger. Das ist ELSA, also nicht der Mann in der Mitte. Das ist Jörg Schielzke. Er ist technischer Zeichner und arbeitet unter anderem an der Weiterentwicklung von ELSA, dem Hauptbeschleuniger der Uni Bonn. ELSA, das heißt übrigens Elektronen-Stretcher-Anlage. Hier lassen wir unser Elektron eine Weile kreisen. Während es sich der Lichtgeschwindigkeit annähert, kommt es auf der 164 Meter langen Bahn in einer Sekunde etwa 1,8 Millionen Mal am Ausgangspunkt vorbei. Jetzt haben wir fast Lichtgeschwindigkeit erreicht. Genug kinetische Energie, um das Elektron auf ein Ziel zu schießen. Hier ist nochmal das Bild von eben. Links im Bild sieht man nämlich den Ausgang der Anlage. Der Elektronen-Strahl kommt von links und wird durch das Rohrende auf die kleine rote Stelle an der Wand geschossen. Der grüne Bereich drumherum besteht aus Blei. Das absorbiert radioaktive Strahlen besonders gut. Mit der Energie des Elektronen-Strahls kann man zum Beispiel Lichtteilchen erzeugen, auch Photonen genannt. Die Eigenschaften dieser Photonen kann man dann analysieren, indem man sie auf Kristalle fallen lässt. Diese strahlen dann ihrerseits Licht aus, das man dann analysieren kann. Und was es damit genau auf sich hat, ob alle diese Teilchen auch wieder aus irgendetwas noch kleineren bestehen, woher eigentlich die Masse der Teilchen kommt und vieles mehr. Das sind die Fragen, mit denen sich die Physiker der Universität Bonn beschäftigen.